Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Autismus Kompakt, dem Podcast mit Timo Warnholz zum Thema Autismus Spektrumstörung. In diesem Podcast möchte ich euch einfach und unkompliziert erklären, wie Autismus funktioniert mit allen Symptomen und Verhaltensweisen und was noch dazu gehört. Wir werden uns in jeder Folge mit einer speziellen Frage beschäftigen und uns diese anhand von fachlichen Hintergründen, aber auch von vielen Beispielen aus der Praxis erklären. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr hier seid und deswegen legen wir jetzt auch einfach mal los. Jawohl und deswegen starten wir jetzt auch einfach mal und zwar mit der heutigen Frage, was ist eigentlich das Besondere am, ich nenne es jetzt mal autistischen Essverhalten. Denn im Essverhalten gibt es durchaus Auffälligkeiten, die schon sehr speziell sein können und alle Menschen, die mit autistischen Menschen zusammenleben, arbeiten oder in welchem Zusammenhang auch immer stehen, werden das sicherlich bestätigen können, dass es hier schon sehr spezielle Verhaltensweisen gibt in der Ernährung. Und aus meiner Sicht und meiner Erfahrung nach gibt es hierfür zwei ganz große relevante Punkte oder Themenfelder, die diesen Bereich besonders beeinflussen. Und das wäre zum einen der Bereich der Stereotypien, also der Sicherheit und der Routinen in erster Linie als Unterpunkt und auf der anderen Seite ist die Wahrnehmung auch hier oder die Wahrnehmungsverarbeitung ein ganz wichtiger, relevanter Punkt, um zu erklären, warum das Essverhalten halt manchmal so ist, wie es nun mal ist. Wir starten jetzt einfach mal mit dem Bereich der Routinen oder der Stereotypien. Hier geht es ja darum, haben wir schon das ein oder andere Mal besprochen, durch wiederholende, nachvollziehbare und vor allen Dingen vorausschaubare Aktivitäten so ein Grundlevel an Ruhe und psychischer Ausgeglichenheit zu erreichen. Das bedeutet, eine Routine wäre quasi eine prophylaktische Maßnahme, um so Dinge wie zum Beispiel einem Meltdown oder einem Shutdown schon lange im Voraus entgegenzuwirken. Das bedeutet, Routinen geben Sicherheit. Auch das haben wir schon oft besprochen. Und was besonders viel Sicherheit gibt oder erliefert, ist, wenn wir eine Vorausschaubarkeit haben. Das heißt, wenn eine Person aus dem Autismus Spektrum weiß, ja, ich mache morgen dies und übermorgen dies. Und in unserem Fall geht es halt darum, dass diese Personen ziemlich genau wissen, was sie essen. Und das kann ganz verschiedene Ausmaße annehmen. Zum Beispiel kann es jeden Tag die Woche ein festgelegtes Gericht zum Mittag geben. Das ist ja auch gar nicht so ungewöhnlich. Das gibt es in vielen Familien, aber es gibt dann auch so speziellere Vorlieben, wie zum Beispiel, dass jeden Tag das gleiche Gericht zum Mittag gegessen wird. Und das ist dann schon ja auch sehr speziell und von außen auch manchmal schwer zu verstehen. Denn dieser Gedanke, dass das Sicherheit gibt und dass das ein ganz wichtiger Aspekt für die psychische Zufriedenheit auch ist, das ist für neurotypische Menschen oft schwer nachzuvollziehen. Denn neurotypische Menschen tendieren eher dazu, dass sie sagen, ich möchte Abwechslung haben. Also ich möchte jeden Tag eine Veränderung und ich möchte neue Dinge ausprobieren. Und das können diese Menschen sich ja auch leisten, weil sie halt nicht so auf diese Routinen als Schutzmechanismus angewiesen sind, sondern hier geht es ganz oft einfach um den reinen Genuss. Das heißt, ein anderes Prinzip steckt hinter dem Essen gar nicht. Und das ist gar nicht zielgerichtet als Maßnahme in irgendeine Richtung zu begreifen, sondern es geht darum, Genuss wahrzunehmen, was Leckeres zu essen und natürlich auch den Hunger loszuwerden. Aber viel mehr bedeutet neurotypischen Menschen Essen in der Regel nicht. So, und jetzt gibt es hier so die ganz klassischen Dinge. Also wir haben Mittagessen, das vielleicht auf den Tag festgelegt ist oder jeden Tag wird das Gleiche gegessen. Überhaupt kein Problem. Oder es gibt eine feste Regel zum Frühstück, dass eine Brothälfte immer mit Salami belegt wird oder die andere Brothälfte wird mit Marmelade gegessen. Und auch das wird halt immer so weitergemacht. Und diese Routinen geben halt Sicherheit. Und von außen her sehen die natürlich schon mal sehr speziell und eingeengt aus so in ihrer Spielart. Aber grundsätzlich kann ich hierzu einmal abschließend Folgendes sagen. Es ist doch auch egal. Also wenn jetzt ein neurotypischer Mensch sagt, so das könnte ich gar nicht oder das würde mir gar nicht schmecken oder wäre mir zu wenig Abwechslung, dann muss die Person das selber ja auch gar nicht tun oder so leben, sondern man sollte einfach auch eine Akzeptanz dafür entwickeln, dass es Menschen gibt, die solche Strukturen oder Rituale oder Routinen für sich brauchen. Und dementsprechend geht es hier darum, auch das einfach mal zu akzeptieren. Und auch wenn Eltern zu mir kommen und sagen, mein Kind möchte jeden Tag genau das gleiche essen, dann ist es immer auch kein Problem. Ich sage dann immer, naja, wenn das Kind ärztlich regelmäßig sich Routineuntersuchungen unterzieht und dabei kommt raus, es gibt keine spezielle Bedrohungslage oder so. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Kind sagt, ich esse nur süße Sachen, dann kann das natürlich schnell schwierig werden. Aber wenn es einfach ein klares Gericht ist, das ausgewogen ist, dann sollte es körperlich auch kein Problem sein, das einfach täglich zu konsumieren. Dann kommen wir zum zweiten Bereich, den ich als sehr relevant erachte in Bezug auf das Essverhalten autistischer Menschen und das ist halt die Wahrnehmungsverarbeitung. Und was ich euch ja schon oft erzählt habe mittlerweile ist, dass autistische Menschen entweder hyper- oder hypoempfindlich sind in der sensorischen Wahrnehmung. Und hyper heißt halt, dass sie besonders überempfindlich sind und hypo heißt, dass sie unterempfindlich sind. So, und jetzt spielen wir beide Möglichkeiten mal durch. Möglichkeit 1, die betroffenen Personen hat es mit einer Hypersensitivität zu tun. Und das würde dann bedeuten, dass zum Beispiel Kauen schon schmerzhaft sein kann, dass Schlucken auch eine sehr unangenehme Sache sein kann und dass Hitze-Wahrnehmungen extrem sind, also Essen immer zu heiß ist oder vielleicht auch einfach immer zu kalt. Diese Möglichkeit gibt es hier natürlich auch bei einem Eis oder so und dementsprechend sind wir hier an einer ganz, ganz schwierigen Stelle, denn diese Personen müssen dann wirklich sich überlegen, wie können sie sich denn jetzt am besten ernähren. Und bei Kindern ist es dann auch hier oft so, dass die zum Beispiel ganz lange brauchen, bis sie richtig schlucken können, weil sie das als unangenehmes oder vielleicht auch als stark schmerzhaftes Gefühl wahrnehmen. Und dementsprechend wird es dann vermieden und dauert dann Jahre, bis es richtig erlernt wird und diese Kinder tendieren dann dazu, nur besonders weiche Sachen zu essen oder vielleicht hören die auch gar nicht auf, so breiige Dinge zu essen oder müssen auch bis in so ein höheres Kindheits- oder bis hin zum Jugendalter mit pürierten Lebensmitteln versorgt werden. Das ist so die Möglichkeit hier, also alle Wahrnehmungen können ja hier vollkommen übertrieben sein, also sowohl kann etwas sehr heiß sein, sehr hart, es kann als sehr spitz, sehr schmerzhaft wahrgenommen werden. Oder es kann natürlich auch genauso sehr unangenehm riechen, weil der olfaktorische Bereich, also der Geruchssinn viel stärker ausgeprägt ist und Dinge, die andere einfach so überriechen oder gar nicht so unangenehm finden, können für diese Person dann auch eine absolute Qual sein. Das gilt es hier dann auch zu berücksichtigen, dass es durchaus möglich ist, dass Menschen solche Hypersensitivitäten entwickeln oder von Geburt an haben. Und die zweite Möglichkeit wäre halt die Hypersensitivität und da geht es darum, dass Menschen sehr untersensibel sind, was die verschiedenen Reize angeht. Das bedeutet zum Beispiel, es werden Dinge geschluckt, obwohl die noch gar nicht stark genug durchs Kauen zerkleinert sind. Das kann dann zu Verletzungen im Mundraum oder in der Speiseröhre führen oder es kann auch sein, dass Hitze nicht wahrgenommen wird oder nicht ausreichend und sich die Person dadurch verbrennt. Oder es gibt auch die Möglichkeit, dass extrem harte Dinge einfach gegessen werden, wo jeder andere sagen würde, da kannst du doch nicht reinbeißen, das ist doch viel zu gefährlich oder da brichst du dir einen Zahn ab. Und dementsprechend ist es hier so, dass diese Hypersensitivität auch tatsächlich dazu führt, dass hier starke Verletzungsgefahren entstehen. Und das ist durchaus die gefährlichere Art der Wahrnehmungsbesonderheit oder der Besonderheit in der Wahrnehmungsverarbeitung, weil man sich hier schon sehr verletzen kann. Das muss man sich vorstellen, man spürt immer nicht, ob was heiß ist oder nicht und dementsprechend kann es schnell dazu führen, dass man sich verbrennt oder man nimmt Dinge so vom Volumen her nicht so wahr, schluckt etwas runter, was viel zu groß ist, wo dann vielleicht sogar sowas wie eine Erstickungsgefahr oder sowas droht. Und ja, wenn das natürlich irgendwann geklärt ist oder die Menschen wissen, dass sie hyposensibel sind oder zumindest die Eltern und das Umfeld weiß das, dann kann man natürlich reagieren. Und dementsprechend wissen die Personen dann ja, okay, ich muss jetzt tatsächlich kognitiv nachlernen, wie groß darf was sein oder ich muss mir eine andere Möglichkeit haben, eine Temperatur zu kontrollieren, zum Beispiel durch einen Thermometer. Und dadurch können die Personen sich durch, sagen wir mal, Intelligenzleistung dann auf die sichere Seite bringen, indem sie einfach wissenschaftlich kontrollieren, wie groß muss was sein, wie spitz ist das, wie hoch ist die Temperatur. Hier gibt es natürlich viele Möglichkeiten, da dann auch quasi so eine Art Sicherheitsgedanken zu folgen und ein, ja, ein gewisses Schutzschild zu errichten durch halt so fachliche Kontrollmethoden. So und das waren sie jetzt die beiden Bereiche und hier sehe ich schon auch relativ starke Gründe dafür, dass das Essverhalten von autistischen Menschen manchmal auffällig oder speziell ist. Aber wie gesagt, wenn man so ein paar Schutzmechanismen einbaut, wie zum Beispiel jetzt bei der starken Untersensibilität, dann sollte das auch alles kein Problem sein und auch wenn man aufgrund von Routinen oder Sicherheitsgefühlen immer das Gleiche ist oder an den gleichen Tagen, dann sollte das, solange es nicht gesundheitsgefährdend sein, auch kein Problem sein. Hier auch ein kleiner Tipp für die Profis, also wenn ihr jetzt irgendwie Erzieher seid in der Kita oder in der Jugendhilfeeinrichtung oder auch in der Erwachsenenbildung tätig seid. Geht nicht immer von euch aus, also das bedeutet, wenn jemand immer das Gleiche ist aus dem Autismus Spektrum, dann geht davon aus, dass es einen sehr, sehr klaren und guten Grund hat und dann braucht ihr da jetzt auch nicht dran arbeiten, nur weil ihr das Gefühl habt, dass euch das zu langweilig wäre, da jetzt was zu verändern, sondern akzeptiert es einfach und dann läuft das Zusammenleben noch wieder ein Stückchen besser. So, und das war es jetzt für heute und ich möchte mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr zugehört habt, das hat mich sehr gefreut und besucht mich gerne auch in sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Facebook oder auf Instagram oder abonniert einfach meinen YouTube-Kanal, wo ich euch auch einmal wöchentlich ein Video zum Thema Autismus Spektrumstörung präsentiere und lasst dort gerne ein Abo da, genau wie hier natürlich auch. Ich freue mich aufs nächste Mal, bis dann, ciao.